Hallo Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary. Ich nehme euch heute wieder den ganzen Tag mit und zeige euch, was ich so esse. Und wir starten wie immer mit dem Frühstück. Guten Morgen Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu meinem Sonntagsfrühstück. Heute gibt es bei mir eine Aprikose und drei Scheiben Toast mit Butter und mit einer Himbeermarmelade von Sente Sonnenfrüchte. So, ich habe mir jetzt Mittagessen gemacht. Ich hatte Lust auf Mozzarella mit Tomaten und Gurke und Biodo-Essig-Creme. Die liebe ich ja. Und dann habe ich mir noch ein bisschen Salz darüber gestreut und Pfeffer. Ich habe gerade das Video für den Mascara Montag geschnitten. Eine Review zu der Push-Up Angel Mascara von Maybelline. Wenn ihr das Video verpasst habt, verlinke ich es euch mal unten in der Infobox. Und jetzt gibt es eine kleine Pause für mich, bevor es weitergeht. Ich habe mir ein Eis gemacht. Das ist Vanilleeis von Möbernpick mit Erdbeeren und den Rest Sahne, den ich noch hatte. Zeit fürs Abendessen. Als Vorspeise gibt es eine Nektarine und eine Aprikose. Und das ist jetzt mein Hauptgericht. Nudelsalat, den esse ich jetzt schon drei Tage hintereinander. Aber jetzt habe ich kein Gläschen mehr. Nudelsalat mit Emily. Nudelsalat mit Tomate, Gurke, Bohnen, Schafskäse, Essiggurken, Karotten. Und zwei Eier habe ich mir gekocht. Und darüber habe ich eine Honigdill-Senfsoße gegeben. Nachspeise einleiern mit Erdnüssen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Live like a lady. Tschüss.